Hello, hello, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich darüber, woran du erkennst, dass du dich bereits in einer erhöhten Schwingung befindest und sogar auf dem Weg zu 5D bist. Was 5D ist, hatte ich in meiner Folge Welt im Wandel genauer erläutert, wo es um Bewusstsein und Dimensionen mit dem Fokus auf den Schiff zu 5D geht und ja, in dieser Folge spreche ich über 5 Anzeichen, die dir quasi Feedback geben, ob du auch schon dich so in diese Mentalität, sag ich mal, einschwingst oder gar eingegroovt hast. Das erste Anzeichen für deinen persönlichen Weg Richtung 5D ist, dass du aufhörst, Menschen, Gruppierungen oder ganze Regierungen, Staaten etc. auf ein Podest zu stellen. Du hörst auf, andere zu verherrlichen und in gewisser Weise auch, ja, Rettung, Trost, Erlösung, nenn es wie du willst, von ihnen zu erwarten, weil du begriffen hast, dass niemand dich retten wird und nichts irgendwie dir ein besseres Leben versprechen kann, außer du dir selbst, weil alles, was du im Außen suchst und eventuell auch im Außen als positiv bewertest, das findest du auch in dir drin, weil alles, was du außen siehst, ist nur eine Reflexion deines Inneren. Du kannst es dir so vorstellen, schwer depressive Menschen sehen die Welt komplett schwarz, sie können keinem Ereignis, keinem Lebnis, keinem Gespräch, nichts, können sie auch nur irgendetwas Geringes, Positives abgewinnen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, naja, mein Leben ist so, ne, mal auf, mal ab, aber in gewisser Weise siehst du schon auch positive Dinge, dann sind diese positiven Dinge auch in dir. Alles, was du außen wahrnimmst, ist auch in dir drin, das heißt, wenn du sagst, du siehst mehr negative Dinge außen, also dein Leben bewertest du mehr negativ als positiv, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass du in dir selbst auch viele Konflikte mit dir selber trägst, die du nach außen projizierst. Umgekehrt natürlich genauso, wenn du mit der Welt im Einklang lebst und gut klarkommst, fröhlich bist, heiter gelassen bist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du auch mit dir selber gut umgehst und mit dir in Harmonie und Einklang lebst, dass du nicht gegen dich selber kämpfst und dass du eventuelle Schattenthemen integriert hast und ja, also wie gesagt, die Außenwelt ist immer eine Reflexion unserer selbst und wenn du begreifst, dass du niemanden verantwortlich machst für dein Leben, dein Arbeitgeber nicht, dein Umfeld nicht, dein Partner nicht, deine Kinder nicht, deine Nachbar nicht, deine Familie nicht, den Staat nicht, deinen Arzt nicht, ja niemanden, nur du selber bist verantwortlich für dein Leben, und wenn du von diesem Opferbewusstsein in dieses Schöpferverantwortungsbewusstsein hineingehst, dann bist du auf jeden Fall schon mal in 4D und das bedeutet, dass du auf jeden Fall schon mal empfänglich für 5D bist. Die meisten Menschen befinden sich nämlich in einem Trance-ähnlichen Zustand, sie hetzen zur Arbeit, vorher und nachher wird konsumiert in Form vom Kaufen, 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 Fernsehen gucken, Nachrichten hören, sich darüber informieren, austauschen, sich beklagen und ja, dazwischen wird eben, wie gesagt, über Probleme geredet. Selbstverständlich wird auf Dauer keins gelöst und die, die gelöst werden, werden gleich wieder ersetzt durch neue Probleme, ja, also viele Menschen können ohne Drama und ohne Probleme gar nicht leben. Du könntest denen zum Beispiel sagen, wenn die jetzt dir drei Gründe oder Probleme nennen, wo sie sagen, deswegen ist mein Leben schlecht und du sagst, okay, ich löse die für dich, hier hast du Geld, hier hast du das und das und dann würden die sagen, ja, aber und dann kommt eine Reihe von Gründen, warum das Leben trotzdem nicht gut ist. Also diese Menschen sind einfach süchtig, die können mit Glück gar nicht umgehen, ja, sie sind verliebt in ihr Drama und konstruieren ständig neue Dramen. Warum? Weil sie ihre Urwunde noch nicht reflektiert und aufgearbeitet haben, weil sie viele Schattenthemen in der Vergangenheit unaufgelöst mit sich herumtragen und diese Probleme in ihrem Jetzt weiter nach außen projizieren, sich dessen aber eben nicht bewusst sind. Sie leben in dieser 3D-Welt, in der physischen, rein auf der materiellen Ebene, wo das größte Glück ist, sich einen neuen, größeren Fernseher zu kaufen, ja, und insgesamt warten sie immer auf bessere Zeiten, immer dieses, ja, wenn, jetzt auf die heutige Zeit bezogen, ja, wenn der Ukraine-Genozid zu Ende ist, dann ist die Welt wieder besser oder wenn die Katastrophen in der Natur zu Ende sind, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn meine beruflichen Probleme weg sind, wenn meine privaten Probleme weg sind, wenn die Pandemie offiziell beendet ist, ja, wenn meine gesundheitlichen Einschränkungen wegfallen, dann ist mein Leben wieder gut. Also, wenn wir auch mal Bezug wieder nehmen zu Dr. David Hawkins' Bewusstseinsskala, ja, dann sind Warten und Resignation und dieses ständige, weil es ist ja kein richtiges Hoffen, weil optimistisches, aktives Hoffen, wir hoffen mit einer Aktion, aber die sitzen nur da und sagen, ja, wenn, dann, aber machen nichts, passiert nichts, ja, weil sie Opfer ihrer Umstände sind und immer über dieselben Dinge reden und sich aber nichts ändert und sie kreisen in sich selbst, sie drehen sich im Kreis in ihrem Leben, innen wie außen und dieses Warten, diese Pseudo-Hoffnung, diese Resignation sind sehr niedrig frequentiert, also eine sehr niedrige Schwingung, die eben auch mit Angst und Zorn einhergeht. Und wenn du jetzt aber erkennst, dass du jetzt die beste Zeit hast, dass du präsent bist im Augenblick, dass du sagst, ey, yo, so ist das Leben, wie es jetzt eben ist und ich mache das Beste draus, dann lebst du im Moment, du empfängst alles, wie es eben kommt, du gibst dich dem Leben hin, du sagst, ich bin jetzt die Veränderung, die ich in der Welt sehen möchte, du hörst auf zu warten auf bessere Zeiten und erschaffst sie aktiv selber, so gut es eben geht in deinen Möglichkeiten. Du fängst an zu sein, du lässt dich nicht verunsichern von den negativen Einflüssen um dich herum, dieser ganzen Panikverbreitung und du machst diesen Shift. Die beste Zeit ist jetzt. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist das das erste Anzeichen, dass du auf dem besten Weg Richtung 5D bist, dass dein Bewusstsein, deine Sinne geschärft sind. Der zweite Anhaltspunkt für den 5D-Shift ist, dass du in dir drin den tiefen Wunsch verspürst, dich mit Menschen zu connecten, dass du kein oberflächliches Leben mehr willst, dass du oder vielleicht auch nie wolltest, dass dir Smalltalk nicht reicht, dass du schon tiefe Verbindungen eingehen möchtest mit Menschen, die ähnlich fühlen und ähnlich denken wie du und dass du mit Menschen zusammen sein willst und dich austauschen möchtest, bei denen das Leben auch nicht einfach so vor sich hin plätschert, so dieses Konsumieren, Arbeiten, Konsumieren und irgendwann ist man tot, sondern mit Menschen, die einen Impact machen wollen, dieses klassische Wir hauen jetzt eine Delle ins Universum, ja, dass man positiv auf die Gegenwart einwirken möchte, die sich dann natürlich auch positiv auf die nachfolgenden Generationen auswirkt, weil man sich auch gewissen Karma-Kettenreaktionen bewusst ist. Du weißt, alles, was du jetzt tust, hat irgendwann eine Konsequenz, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht in zehn Jahren erst, vielleicht erst bei deinen Kindern oder deinen Enkeln oder Urenkeln, ja, aber irgendwann kommt die Konsequenz. Irgendwann ploppt alles wieder hoch und, ja, wenn wir einfach jetzt unsere Schattenthemen bearbeiten, dann geben wir schon mal diese Probleme nicht an nachfolgende Generationen weiter, weder genetisch noch atmosphärisch in unserer Familie, ja, mit Kälte oder Herzlosigkeit, ja, sondern wir lassen die Liebe wieder hochsteigen und über alles, sage ich jetzt mal so keck, regieren, was so los ist, ja. Liebe ist die höchste Form von Energie und da kannst du jede Mutter, jeden Vater fragen, die ihr Kind sich vor Augen halten, als es auf die Welt kam, so viel Liebe sagen, viele haben sie danach nie wieder gefühlt, weil das einfach so ein krasser Moment war, dieses, wow, wir haben ein Leben erschaffen, wow. Und jetzt stell dir mal eine Welt vor, wo man keine MeToo-Bewegungen braucht oder Begriffe wie Pay Gap, toxische Männlichkeit, Feminismus, toxischer Feminismus, wo man all diese Begriffe, diese Kämpfe, wo man das alles nicht braucht, weil männliche und weibliche Energien im Einklang miteinander leben können und ich sage jetzt extra Energien, weil es nicht nur um Männer und Frauen geht, es gibt ja auch Männer mit weiblichen Energien oder Frauen mit männlichen Energien, das ist alles ganz natürlich und es geht einfach darum, dass wir im Einklang mit uns selbst und mit unserer Umwelt leben können. Ja, wenn du das merkst, dass du eben so ein Mensch bist, der sich mit anderen Individuen verbinden möchte, die ja auch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, wer sie wirklich sind, nicht das, was die Gesellschaft ihnen sagt, so du hast die und die Rolle einzunehmen und irgendwann bist du tot und dann darf die Beerdigung dein Kind zahlen, wir schicken die Rechnung schon mal gleich einen Tag später so ungefähr, ja, sondern dieses, wer bin ich, warum bin ich hier und dass man eine Aufgabe hat, eine Mission, ja, wofür stehst du morgens auf? Wenn du nur aufstehst, um zu einer Arbeit zu kommen, die du eigentlich hast, aber du brauchst eben das Geld, um Rechnungen zu bezahlen, dann ist das eine sehr niedrige Schwingung und dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum du niedrig schwingende Erfahrungen machst, warum ein Problem das nächste anzieht, wie ein Magnet, ja. Die meisten Menschen werden in ihrem Leben immer wieder oder durchgehen von ihrer Urwunde oder im Plural ihren Urwunden und alten Traumaerfahrungen zurückgehalten und auch davon abgehalten, das Leben zu führen, was sie sich eigentlich im tiefsten Inneren so sehnlich wünschen. Und mit Trauma meine ich in dem Sinne nicht mal unbedingt die richtig krassen Trauma wie Krieg oder ein Gewaltverbrechen, was einem angetan wurde. Es können auch Mikrotraumata sein, ja. Es gibt Menschen, die wurden so krass vor der Klasse ausgelacht, dass sie danach so einen psychischen Knacks hatten, jetzt mal ein bisschen so, wie sage ich, flapsisch ausgedrückt, ja, weil es ist ja eigentlich nichts, was man so ausdrückt, aber damit du es jetzt schneller verstehst, sage ich das so, ja, also, wo man sagt so, höh, naja, jeder wurde nochmal ausgelacht. Aber Menschen mit Mobbingerfahrungen, sei es jetzt auch nur in Anführungsstrichen harmloses Mobbing, dass man einmal nur gedemütigt wurde oder einmal erniedrigt wurde, ein einziges, einzelnes Mikrotrauma reicht schon aus, um ein Leben nachhaltig negativ zu beeinträchtigen. Menschen, die sich dann für immer zurückziehen, weil sie das nicht verarbeiten können, ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir sorgfältig miteinander umgehen, weil nicht jeder hat eine dicke Haut oder nicht jeder kann mit sowas so leicht umgehen. Manche Menschen gehen kaputt an nur einem Satz, wenn sie einmal dieses Gott bist du hässlich oder Gott bist du dumm hören. Es gibt Menschen, die an sowas zerbrechen, das muss nicht mal über Jahre hinweg geschehen. Und dann kannst du dir vorstellen, wie es Menschen geht, die sowas erst recht über Jahre hören, ja, wie es denen dann geht und die teilweise sogar noch Schlimmeres erleben, eben richtige Traumata im Sinne eben von, wie gesagt, Gewalt, Krieg, Unfälle, ja. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber du weißt, wie ich das meine. Also es geht auch prinzipiell gar nicht um einzelne Schwingungserhöhungen, dass du jetzt sagst, so, heute geht es mir mal ein bisschen besser, heute habe ich ein bisschen meditiert, aber morgen geht es wieder runter. Das bringt dann gar nichts. Es geht um eine grundlegende, nachhaltige Transformation, die sich dann auch langfristig auf das ganze Kollektiv auswirkt. Man hat herausgefunden, dass während Massenmeditationen Gewalt signifikant in den jeweiligen Ortschaften und Städten gesunken ist, dazu werde ich auch einen Link zu einer Studie hier in die Beschreibung mit reinpacken, wenn dich das interessiert. Stichwort transzentrale Meditation. Also die Zeiten, wo wir uns zu Hause aus Angst isolieren, weil wir uns schämen für irgendwelche Fehler oder vergangene Erfahrungen, die sind vorbei. Die Zeiten, wo jeder so in seiner kleinen Ecke hockt und mit sich selber hadert, mit dem Leben, eventuell sich in diversen Nischen versteckt, Parallelwelten, Subkulturen und so, das ist langfristig vorbei. Wir sind jetzt in dieser Phase, wo wir uns connecten und das ist auch gut so. Und wenn du das merkst, dass du so ein Mensch bist, der sagt, okay, ich will jetzt mal raus, ich will raus in die Welt, ich will andere Menschen, die ähnlich ticken und die auch diesen sehnlichsten Wunsch, diese Sehnsucht in sich verspüren, die möchte ich kennenlernen und mich mit ihnen auf einer tiefgründigen Ebene verbinden. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist das der zweite Anhaltspunkt, dass du auf dem Weg zum 5D-Shift bist. Der dritte Anhaltspunkt ist, dass du deine Leidenschaft verfolgst. Du spürst tief in dir drin, dass da mehr ist als so ein 0815-Leben, wo man eben nur arbeitet, um Rechnungen zu bezahlen. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Also du folgst deinem Herzen, deiner Leidenschaft und du vertraust dem Leben. Du gibst auf der Mikroebene alles und lässt auf der Makroebene los. Also dieses Detached Involvement, sagt man auch. Dass du jetzt nicht so ein Um-zu-Mensch bist, so dieses, okay, ich tue einem Menschen etwas Gutes, damit ich dann später auch was bekomme. Oder ich gehe nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Oder ich benehme mich jetzt mal anständig, um Respekt zu bekommen. Oder ich halte diverse Regeln ein, aber nicht, weil ich die Regeln für sinnvoll halte, sondern nur damit ich nicht negativ auffalle und nicht ausgegrenzt werde. Sondern du folgst deinem Herzen und du tust das, was du für richtig hältst und lässt dich nicht länger einschränken von gesellschaftlichen Konditionierungen, wie, ja, du darfst nur so und so lieben und das und das ist erlaubt und das gehört sich nicht und Moral und dies und das. Sondern du sagst, nee, passt mal auf, mein Leben geht so und so. Warum? Weil ich das sage. Ich frage niemanden mehr um Erlaubnis. Das wäre der dritte Anhaltspunkt auf dem Weg zur 5D. Und der vierte ist, dass du aufhörst, und ich finde es sehr interessant, dass du aufhörst, Menschen zu verurteilen, die dieses ganze 5D für Quatsch halten, die sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen, die eventuell auch auf niedrigen Frequenzen unterwegs sind, low vibration people sozusagen, dass du dich jetzt nicht für was Besseres hältst und sagst, pa, mit solchen Menschen unterhalte ich mich nicht. Ich möchte nur noch mit Menschen, die auf dem Weg zu 5D sind, reden. Weil Spaltung hatten wir wirklich genug in der Gesellschaft, dieses Ganze, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, bist du weiß, bist du schwarz, bist du Mann, bist du Frau, bist du Ukrainer, bist du Russe, ja, Schatten, Licht, diese Dualität, die wollen wir doch gar nicht erst wiederholen. Und wenn Menschen andere Menschen verurteilen, im Arabischen sagen wir, wenn du mit einem Finger auf einen Menschen zeigst, dann blicken drei Finger in deine Richtung. Ja, kannst du mal testen. Wenn du jetzt den Zeigefinger streckst, dann winkelst du ja den Mittelfinger, den Ring und den kleinen Finger automatisch so nach unten an und die zeigen automatisch zu dir. Das heißt, alles, was wir in anderen sehen, ist quasi mindestens einfach, wenn nicht gar vielleicht sogar mehrfach in uns vorhanden. Und dass wir uns über Menschen lustig machen oder uns ihnen überlegen fühlen, weil sie sich selber damit nicht auseinandersetzen oder vielleicht kein Draht dazu haben oder eben sagen, das ist alles spirituelles, esoterisches Nonsens, gequatsche und hat keinen Bezug zur Realität und ist auch sinnlos, weil, ja, was soll das und so. Die einfach sagen, ich verstehe das nicht und das interessiert mich auch nicht. Menschen darf man nicht verurteilen, nur weil sie dieses Interesse nicht haben und eventuell auch kein Gespür dafür haben. Wenn sie auf dieser reinen 3D-Welt oder Ebene bleiben möchten und auch leben und sagen, nee, alles drüber ist mir egal und ich glaube da eh nicht dran, dieses 3D, 4D, 5D ist für mich alles Quatsch, dann gilt das zu akzeptieren. Ja, so wie du ja auch die andere Lieblingsfarbe von anderen Menschen akzeptierst. Du sagst auch nicht, nee, wenn ich blau sage, dann ist blau das Beste. Also man darf niemals im Leben ein Mindset entwickeln wie, ja, alle schlafen, nur ich bin jetzt hier woken, erwacht und ich check alleine, was abgeht und niemand versteht es und deswegen bin ich eben diejenige oder derjenige, der so hoch schwingt, weil die anderen schwingen, also niedrig. Damit machst du dich selber wieder klein. Ja, in der Bibel steht ja auch, ich finde die Bibel ist metaphorisch wirklich brillant, da steht ja auch, wer der Erste sein will, muss der Letzte sein und wer quasi so der Chef sein will und anführen will, der muss dienen. Und wenn Menschen sich über andere Menschen erheben aufgrund diverser Fähigkeiten oder aufgrund der Herkunft, des Bildungsabschlusses, wie auch immer, dann machen sie sich dadurch selber ganz klein. Ja, du weißt es vielleicht auch schon aus Erfahrung, dass Menschen, die dich nicht sachlich kritisiert haben, sondern persönlich angegriffen haben und dich diskriminiert haben, zum Beispiel aufgrund deines Geschlechts, deiner Herkunft, deines Bildungsabschlusses, deines Beziehungsstatus, deines sozioökonomischen Status, deiner finanziellen Möglichkeiten, ja, deiner sexuellen Orientierung, was auch immer. Menschen, die sowas benutzen, sogenannte schwarze Rhetorik, die sind unter dir, weil Menschen, die über dir sind, und zwar wirklich über dir, nicht im Sinne von überlegen bessere Menschen, weil wir sind alle gleich viel wert, aber im Sinne von, die einfach da vom Bewusstsein her schon in gewisser Weise weiter sind, ja, die Menschen, die würden dich nicht verurteilen deswegen. Die würden einfach sagen, ah, okay, so ist es bei dir, alles klar. Okay, cool, dich kennenzulernen. Aber wenn Leute einen dauernd belehren und sagen, so und so ist es, wie man das ja auch bei Zeugen Jehovas kennt oder allgemein Sekten, die einen dann richtig belästigen und dann immer dieses, ihr müsst alle erwachen und ihr geht alle verloren, wo man sich dann so denkt, ja, halt bitte einfach den Mundtusspinner, ja, und klingeln nie wieder bei mir, so ungefähr, ja, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Also Menschen, die sich selbst erheben, erniedrigen sich gleichzeitig selbst. Und Menschen, die denken, dass du spinnst, wenn du jetzt zum Beispiel an dieses ganze 5D-Ding glaubst, es kann ja auch sein, dass man dir das vorwirft, dass man dir sagt, ey, ich glaube, du nimmst Drogen oder du bist in einer Sekte oder du hast eine Psychose oder so, aber es ist alles irgendwie creepy, was du da machst, was soll dieses 3D, 4D, 5D, Awakening sein, schmarrig, ja, wenn Menschen das zu dir sagen oder dir so durch die Blume mitteilen, dann nimm das auch nicht persönlich, fühl dich nicht angegriffen, weil dann reagierst du aus so einem angegriffenen Sein heraus und kommst wieder in diesen Überlebensmodus, ja, dein Stammhirn nimmt die Kontrolle und dann verurteilst du wieder diese Menschen, weil die dich missverstehen, die verurteilen dann dich, weil sie dich eben für arrogant oder verrückt halten, wie auch immer, ja, und dann ist das wieder so ein Teufelskreis und ja, gerade in der Spiritualitätsszene gibt es so viele Fallen, so viele Menschen mit Verschwörungstheorien und Menschen, die ihre Körperebene komplett vernachlässigen oder leugnen, eben dieses klassische, ja, ich lebe jetzt nur noch nach Licht und Liebe, von Licht und Liebe und nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich und die dann auch sterben, weil man das natürlich nicht kann auf Dauer, du kannst nicht Nahrung und Trinken für immer verweigern, du hast einen Körper, du machst eine menschliche Erfahrung im Körper, aber du musst trotzdem eben diesen Körperbedürfnissen nachgehen und auch Menschen, die die ganze Zeit von Erleuchtung reden, also die kann ich auch nicht hören, weil der Alltag ist trotzdem in 3D, aber es geht eigentlich darum, dass man das Wissen von 5D im Alltag mit einbaut und mit einflechtet, also hauptsächlich geht es darum, dass man keine Lager entstehen lässt, bitte keine Spaltung, nicht das, was wir eh schon die ganze Zeit hatten, weil die Dualität, die wir eigentlich in 5D überwinden wollen, die kreieren wir eigentlich wieder, wenn wir Menschen verurteilen, die davon nichts halten oder ja, wie auch immer, okay, also du kannst ja auch nicht zum Beispiel in der 3D-Welt zu deinem Chef sagen, Zeit ist Illusion, dann wird er sagen, mein lieber Freund, nach dem Terminkalender hättest du gestern den Vortrag halten müssen, was für Zeit ist Illusion, gestern 14 Uhr, jetzt ist heute 15 Uhr, was ist das, du bist gefeuert, ja, also du kannst nicht einfach jetzt sagen, hu hu, ich bin so erleuchtet, äh, bla bla, du bist trotzdem in der 3D-Welt, ja, dein Körper läuft hier immer noch rum, wir wissen nicht, wie es mal in der Zukunft sein wird, wie Menschen sich allgemein entwickeln werden, wie gesagt, 5D ist jetzt nichts, wo man physisch den Ort verändert, dass du jetzt in irgendeiner Wolke bist und so, hu hu, ja, sondern, ähm, dass du einfach mit geschärftem Bewusstsein da bist, dass du präsent bist und wie gesagt, dass du Menschen noch nicht verurteilst, die das, was du da tust oder wofür du dich interessierst, wenn du solche Menschen, die dafür kein Verständnis zeigen, eben nicht verurteilst, weil alles, was du im Außen verurteilst, verurteilst du auch in dir drin. Das wäre der vierte Anhaltspunkt und der fünfte ist, ja, eigentlich ein Grund und zwar, du hast jetzt die Folge bis hierher gehört und angehört, sogar bis zum Schluss, eben weil du nicht denkst, dass das alles crazy Zeug ist oder vielleicht willst du auch herausfinden, wie ich dazu stehe. Auf jeden Fall hast du Interesse, wenn du bis hierhin gehört hast und deswegen bedanke ich mich erstmal an der Stelle, weil ich bin mir schon bewusst, dass das jetzt kein klassisches Thema ist, was man so im Alltag bespricht und du kannst damit auch viele Menschen abschrecken. Ja, und deswegen erstmal Dankeschön und ja, es ist ein Anhaltspunkt, wenn du bis hierher gehört hast, dann hast du auf jeden Fall Interesse und willst wissen, was es mit diesem 5D auf sich hat. Millionen Menschen allein im ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die wissen gar nichts von 5D, beschäftigen sich auch nicht mit Bewusstsein und deswegen danke, danke, danke. Bleib deine Linie treu, lass dich von niemandem einschüchtern, recherchiere, tu das, was dir gut tut, probiere mal sowas wie Meditation aus oder falls du da schon drin bist, ja, beschäftige dich mit einschlägiger Literatur. Ich würde immer mit Dr. Joe Dispencer beginnen. Ich habe den, glaube ich, so 2015 rumentdeckt oder 16 und dann alles verschlungen und das hat mein Leben nachhaltig geprägt und verändert. Bei dem Wort geprägt muss ich auch jetzt immer an Ding denken. Na, wie heißt der? Leon Lovelock, genau. So, da hat er jetzt hier eigentlich gar nichts drin zu suchen, aber wie ihr hört, denke ich auch und spreche ich sehr assoziativ und ja, ist halt immer so abhängig von meinem Vibe und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest das für dich daraus irgendwie mitnehmen und bedanke mich nochmal für dein Interesse an diesem etwas abgespaceden Thema. In diesem Sinne, always vibing high, keep it in the villa aus Nürnberg. Ciao. Ciao. Ciao.